Hallo liebe Leute, willkommen bei einem Giefgang mit dem Admiral Schmied Ne, warte mal, ich bin der Admiral Schmied Mit einem guten, äh, Weekend Sag Hallo Hallo Ja, auch egal Wir sehen uns gleich auf dem Planeten Ja, und Nach dem Intro, bis gleich So, da sind wir jetzt wieder auf dem Intro Ich bring dich um Mit dem guten Jedi, außer dem er noch Muster verfliegen wollte, aber auch egal Ähm, ja Bring dich um, komm her Er will mich anschalten, guten Morgen, auch egal Ähm Ich hab's so gemacht Keine Ahnung An die komplette Besatzung, hier spricht der Admiral Wie, sofort alle zum Versammlungsraum Wiederhole sofort alle zum Versammlungsraum Man Verlade mich Der Fahrstör wurde schon von ihren Leuten genommen Die 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 Drücken Sie Den Knopf Bleibt gerade Jeze Ich bin hier, der zweiträngste, im Fahrspür Und ich muss's trotzdem machen Nicht mich auch Warum benutzt ja jede hier einfach so seine Macht? Ah, wo wir können. Oh, falsche Musik. Ja, genau. Und jetzt bist du ja nicht Copyright Storx. Haha, ich geborene jetzt die ganze Wiedersachen. Nein, 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 nein. So, du, Moss, du redest an. Bin ich schon, Moss? Ich weiß überhaupt nicht, was du sagen wolltest. Wer einen Auftrag bekommen, weil da eine Bande von Mandalorianern ist. Und die Stadt terrorisiert. Sind die überhaupt alle da? Komm mal nach Cody. Ja, fair. Ich weiß nicht, wie viele sind da? Äh. Okay, zähl jetzt auf. Jedi Meister. Hier, hier. CT 1 9 8 8. CT 1 9 8 8. Also. Äh. Zweite Airborne BVT 1 3 3 9. Komm, wir machen schnell 212. ist komplett. Okay, so. Und da der Jedi, äh, da der Jedi eine dringende Botschaft hast, wird der jetzt hier alles erzählen. Also, in einem Gebiet von Körsland, wo wir auch schon öfters waren, sind jetzt Mandalorianer, die, die, die gegen terrorisieren. Und Bürger ausräumen. Oh, nein. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ne. Wir sind einfach gleich. Nella! Wir sind jetzt einfach gleich auf dem Planeten. Hoffen geht das auch so schnell wie gedacht. So, da sind wir jetzt auf dem Planeten. Leider müssen wir improvisieren, da der eigentliche Typ, der das Event machen wollte, leider nicht da ist. Ja. Lassen wir uns jetzt was ausdenken. Was heißt, ihr seht das jetzt alles hinter den Kulissen? Sagen wir mal, wir sind gleich wieder, wenn ich das alles vorbereitet habe. So Leute, wir gehen jetzt hier aus, die Tür ist raus und dann fängt das an. Oh mein Gott! Wo sind die... Oh mein Gott, Klone! Hi! Ich euch erwartet, ich habe... Ja, sie haben sich erwartet, sie haben sich erwartet. Wo die anderen Klone sind. Die stehen noch beim L.A.T. Ihr, die rufen, ihr könnt, mein Gott. Ich eine sehr, 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 sehr wichtige Botschaft an euch allen habe. Der Renat hat mich dafür ausgewählt, dass ich euch hier alles erklären soll. Äh, nein, ich nur, Meister Yoda, ich nachmache. Weil ich den Kult finde. So Leute, da sind wir jetzt hinter den Kulissen von einem Event. Ja, leider müssen wir jetzt die... Sachen als Event übernehmen. Ja... Wir suchen uns jetzt ganz schnell eine Mandalorianer heraus. Die auch gut aussieht. Hm, ja, warum liegt das gerade? Da haben wir einen. So, wir suchen uns jetzt hier ganz schnell irgendwo ein Haus. Hm. 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 Haben wir überhaupt hier ein Kommando? Oder haben wir hier irgendwo ein Mandalorianer überhaupt? Okay, das ist... Okay, das ist... Okay, das ist... Okay, das ist... Okay. Ich glaube, das waren einfach genug Mandalorianer. Okay. Ich glaube, das waren einfach genug Mandalorianer. Klug. Sollen wir jetzt noch mal ganz hell ins Mandalorianer raus. Ja... Nehmen wir das hier einfach. Hm. 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 Warum also einfach die Was ist das? Schönen guten Tag, Republikanische Einheiten. Ich wollte mal frage, wo finde ich die nächste Bar? Es gibt eine Bar weiter hinten. Was für Clown, ja? Ich frage ja nur, wo die nächste Bar ist. Also die Bar ist hier, kann ich Ihnen gerne zeigen, wenn Sie mitkommen. Okay. Die wurde neu eingerichtet. Achso, neu eingerichtet, okay. Ja, genau. Wir wollen ja immer auch die besten Sachen für die Leute, die hier haben. Okay, und Sie gehen da nicht selbst hin? Äh, nein, geben wir mal. Hi, Billy! Mein Gott, wo kommst du denn so plötzlich her? Hier sind ja viele Mandalorianer, oder nicht? Ja, hey doch. Wissen Sie, ich wollte früher mal auch mal, also in meinen jungen Tagen wollte ich auch mal immer Mandalorianer sein, aber... Hm, okay. Ja, dieses Wissen, Aufnahme-Refus von Ihnen ist recht schwer. Das hier ist die Bar. Hm, okay. Super. Warten Sie mal, warten Sie, warten Sie mal! Hier, 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 200... Sind Sie noch ein 212, oder nicht? Ja. Okay. Ah, Junge! Ein Bier für mich und ein Bier für meinen Kumpel. Wie heißen Sie? Äh, nennen Sie mich Twinkels. Ein Bier für meinen guten Kumpel Twinkels. So, und, da haben wir Bier schon bekommen. Er schießt Cody da wieder irgendwelche Leute? Ja, das ist gerade wirklich nie richtig. Also, ich hab mal eins jetzt gerade bekommen. Riechel. Ja, ey, wissen Sie was? Ey, während der Arbeitszeit dürfen wir nicht hier trinken. Ja, und was? Wir dürfen während der Arbeitszeit nicht trinken. Okay. Ja, das ist uns überlassen, die Folge. Gut zu wissen, dass ich gerade nicht hier arbeite. Was machen Sie überhaupt hier? Sie... Bl... Bläuchchen. Die Schlumpf. Was machen Sie hier drinnen? Ja, das ist 500er Erste. Was? Was ist das? Ja, das ist Partnerregiment. Ja, das ist 500er Erste. Partnerregiment. Also, auf meiner. Mein Gott. Ich weiß nicht. Sie haben eine echt coole Rüstung. Haben Sie die komplett selber gemacht? Komplett aus Edelstahl. Sieht man, sie glänzt ein bisschen. Ja, ich dachte immer, das wäre... Äh, hier. Sie haben noch irgend so ein Herbst bei sich. Ja. Keiner! Noch ein Bier für mich und für meinen guten Kumpel Trinkelz. Lagebericht hätte ich gern von irgendeinem. Was? Wer sind Sie denn? Äh... Ich bin auch gar nicht aufgewacht. Ja, das war erst mal. Also wirklich, was macht ihr denn alle hier? Also wirklich, da habe ich überhaupt nichts über drinnen, Kehlner. Warum gibt es mir eine leere Flasche? So. Warten Sie mal. Ich muss kurz mal... Ich muss... Alles gut? Nein. Nee, alles gut. Ich nicht gekotzt. Ich habe... Sie alle so gleich unter den Helm wie aussehen. Weil da haben Sie ganze Scheiße im Helm. Nee, ich hatte den Helm vielleicht abgenommen. Wir sind Dwillingsbrüder, müssen Sie wissen. Also, ihr seid beide Dwillingsbrüder, okay? Und sind jetzt hier so viele... So viele von euch hier. So. Ich musste burnen. Die gehen alle anderen aus. Ich musste burnen gehen. Haben Sie noch gespart. Ja, moin. Das ging einfach scheiße. Ich hatte, dass sich hier auch immer der Code erinnert. So oder so, Brüder. Sie bitte, ich hier raus zu gehen. Gute Idee. Ich werde das machen. Nimmts. Seine. Wir haben den Wanderl und Rihanna vorsichtshalbermal ins Frisur eingesperrt. Ja gut, jetzt. Freu mich. Ja, aber ich ist fertig. Ja, auch gestanden. Ich bin gleich durch den Lüftungsschacht eben, wo er ankommt. Was machen Sie hier drinnen? Er ist im Lüftungsschacht. Er ist im Lüftungsschacht. Er ist im Lüftungsschacht. Was machen Sie hier drinnen? Jemand von Ihren Leuten hat mich da hingesperrt. Hey! Ich versuche nur hier rauszukommen. Sofort die Hände hochziehen. Ja, sagen Sie mir mal, wie ich hier die Hände hochnehmen würde. In einem Lüftungsschacht, wo ich mich noch nicht mal hinstellen kann. Das ist mir eine gute Idee. Die können sich ja nur hinstellen, weil die da hinten unten stehen. Sehen Sie? Ja. Okay, drehen Sie sich mal um. Dann komme ich denen hoch und dann klettern wir zu. Ne, warte. Ich glaube, kommen Sie mal mit. Gehen mal. Die hören Sie. Ja. Kommen Sie sofort mit. Sehen Sie sich nach vorne? Kommen Sie sofort mit. Sehen Sie sich nach vorne? Ja. 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 Btm du sch Apfel. Btm du, toplck. Was soll das? An alle Einheiten wir haben den Mandalorianer in der Bank. nem j Ich habe Anti-Betäubung. Ja moin, der tote ist Mandalorianas. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Hey, wartet, ihr habt noch was vergessen. Ihr habt noch was vergessen. Warte. Half-Life, warte mal, Half-Life, äh... Ähm, er hat sich gewehrt und deswegen ist er dabei... Er ist nur verletzt. Ich habe ihn nur an den Beinen abgeschossen, nachdem er am Boden lag, um ihn... Okay, mal nachschauen, ob das das richtige Paket wird, was er gehabt hat. Weil, ja, mal nachschauen, ob das das richtige Paket wird von ihm. Ihr solltet von ihm ein Datenbett holen. Ich glaube, das war das falsche Paket, was ihr habt von ihm. Na gut, zum Glück gibt es noch einen. Zum Glück gibt es noch einen. Der ist ja leider tot, also... Der ist eine Küste in der Ecke, ähm, wann, äh, irgendwelche Schreie kommen davon. Sollen wir mal rein... Mann, da... Ich glaube, das ist... Das klingt so... Die Tür, die ihr könnt hinten? Und jetzt in der Tür hinten, fack, den musst du aus. Ähm... Will mal die Kiste öffnen. Ich hoffe, das sollten wir die Kiste öffnen. Geh mir doch erst... Der hier rein, oder? Ah, hey, die Tür ist auch nicht. Bäh, nee, geh mir auch einfach jetzt. Scheiße, jetzt hab ich etwas falsch geöffnet. Ich hoffe, dass wir jetzt diesmal mehr Glück haben. Ich check. Hoffen wir es einfach. Es war nicht gesagt, welchen müssen wir dann. Hallo? Ich sehe jemand bei der Bank, hallo? 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 Das ist nicht... Hallo? Ich will Geld abgeben. Hallo? Warum ist hier keiner? Ach so... Ich will mein Geld abgeben. Äh, so viele nicht. Okay. Was ist denn jetzt? Quote Frage. Was ist der Code? Warum ist hier kein Bankangestellter? Ich will mein Geld abgeben. Ja. Warum ist hier kein Bankangestellter? Ich will mein Geld abgeben. Wo sind die überhaupt, diese Bankangestellten? Ein weiterer Vandalurianer hat gerade versucht, die Bank auszurauben und er wurde beim Versuch... Wie ausrauben? ... im Festzunehmen, wer... ... beschädigt. Wie? Sehr beschädigt. Er hat... Er hatte bereits die Tresor geknackt. Sie wissen schon, dass jeder Mandalurianer, der hier... Der hier... Der... Der... Der da drin eine... Der da drin eine kleine Türchen hat, dass der... ... den Code weiß. Trotzdem, wir hatten den Befehl, ihn festzunehmen. Okay. Warum hat uns hier jetzt den Map? Weil ich eigentlich nur ein Geld abheben wollte, aber da ich nur euch hier vorgetroffen habe... ... ist hier nichts mehr, was ich hier brauche. Können Sie mich bitte durchlesen? Geld abheben tut man aber nicht da oben. Geld abheben tut man da oben. Ja, aber hier war ja keiner und deshalb dachte ich mir, vielleicht ist ein Angestellter oben bei den Schließfächern. Äh... In der Küste... ... so fahren... ... ja... ... fangen sie nicht. Ey, wohnert! Heute Abend eine Saufen geben? Ja, Saufen. Sehr gut. Wir treffen uns heute Abend! Ein... ... komisches Leben? Ja. Was sehen wir? Der ist Mandalorianer. Ey, wo ist Wandelthin? Ach, der ist Wandelthin. Scheiße! Daaa! Da war ein Angriff gegen die Mandalorianer. Da war ein Angriff gegen die Mandalorianer. Daaa! Ich hab das Weiche rausgewogen. Super. Hey, Ronald, wir treffen uns auf der Ostseite der Stadt, oder nicht? Ja, sehr gut.